So gut. Hey, danke für alles, was ihr gebt. Schön, dass ihr hier seid. Die letzten treuen Moikaner, die nicht in der Skiferie sind, sondern die hier zusammenkommen. Danke, Benz. Ich war zwar selbst dabei, selbst ob es stinkt, aber danke, Benz ist spontan eingesprungen, Linz. Danke, Benz. Wie hast du Krankheitsersatz gemacht? Und so schön gemacht, Linz. Und der ganze Benz. Danke vielmals für euren Einsatz, dass ihr euch in die Anbetung reinnehmt. Wir steigen gleich ein in einen Bibeltext, den ich heute lesen möchte. Wir sind ja schon mit unserem Vater fast im reformierten Gottesdienst angelangt. Und dann machen wir jetzt auch eine Schriftlesung. Und ich habe es nicht eingeblendet. Die, die wollen, dürfen ihre Bibel selber mitlesen. Es ist aus 1. Könige 19. Oder ihr dürft auch einfach zuhören, eure Augen zumachen oder wie auch immer, dem Text, dem alten Text, den immer noch aktuell ist, lauschen. 1. Könige 19, Vers 3 und folgende. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Dort liess er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt liess er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heissen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes dem Horeb kam. Die Spiess werde ich auch noch entdecken. Das ist God Food, was so Power gibt. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt. Elia, was tust du hier? So sagt das Wort von Gott in 1. Königin 19. Wir starten in einer neuen Serie, die heisst Soul Fitness. Sie dürfen hier chillen und sitzen, aber es geht um Training. Auch heute Morgen. Stark durch meine Schwächen. Wir wollen verschiedene Personen aus der Bibel anschauen, die durch Höchst und Tiefst gegangen sind, die stark durch die Krise durchgekommen sind, aber auch durch die Krise durch neue Kraft bekommen haben. Wir wollen echte Menschen anschauen mit Emotionen, mit Gefühlen, mit einem Innenleben, mit einer Seele, die nicht nur funktionieren müssen, sondern die einen Weg, einen Prozess mit Gott durchgehen. Wir wollen schauen, wie unsere Seele in dem hin auch gesund sein kann, einen Weg mit Gott gehen kann. Du und ich, wie unsere Seele bei Gott Platz hat. Und wir dürfen mal fragen, wie geht es eigentlich unserer Seele? Und ein Teil dieser Serie wird auch sein, dass wir nicht nur darüber sprechen und wir wollen auch ein bisschen aus unserem Leben erzählen, eiblich geben, wie geht es Leuten von uns, Lebensgeschichten, sondern wir wollen auch trainieren. Und ein Teil davon trainieren ist, dass wir glauben, das braucht immer wieder eine Zeit von der Ruhe bei Gott, um bei ihm anzukommen, um zu spüren, wie geht es uns, um mit Gott zu connecten. Wir haben fünf Wochen, fünf Tage, fünf Minuten pro Tag, wäre unser Slogan oder unser Wunsch an uns als Kirche. Du kannst dich freiwillig einklinken, sagen, ich möchte die Zeit nehmen ganz bewusst für eine Zeit, in der ich mich auf Gott ausrichte. Eine Zeit von der Ruhe, eine Zeit für ihn. Später mehr dazu, wie das ganz konkret aussehen kann. Aber zuerst, wenn wir in die Geschichte von heute, in die Serie, in das Thema von heute, in die Figur von heute. Und die Message von heute habe ich genannt, stark durch die Krise, oder auch, das wäre fast noch mein lieberer Titel gewesen, Elia in Extremis. Fast wie der Federer, oder? Nein. Einfach die Krise, die Elia durchgemacht hat, und wie er durchgegangen ist. Und das ist eine spezielle Geschichte, weil Elia, wenn ich euch kurz drinnen nehmen darf, hat wirklich so einen Bergspitzmoment erlebt, so einen Höhepunkt in seinem Leben. Vielleicht wie der Odermatt, wenn es läuft, oder, und du rasst, der Hang dort runter, und du gehst, okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber er hat wirklich einen Sieg errungen. Und zwar war da ein Kampf, ein Kampf um Leben und Tod, Königin Isebel auf der einen Seite mit dem Ab und den Propheten vom Baal. Und sie haben gekämpft gegen die Propheten, die Yahweh dient hat, und Gott von Israel. Und das war ein Kampf um Leben und Tod. Und Elia hat dann so einen Leaderfight veranstaltet, der sagte, kommen alle zusammen auf den Berg Karmel, das war so der erste Höhepunkt, der erste Berg, wo Elia war. Und er sagte, kommen alle zusammen, wir wollen schauen, wer der echte Gott ist. Und Elia hat Sieg auf allen Linien, er gönnt, Gott offenbart sich, als der allmächtige Gott, der eingreifert, das Feuer dort vom Himmel auf das Opfer, das Elia hergetan hat, und verzerrt das Opfer. Bei den Baalpriester gescheht nichts, und Elia gönnt. Die Propheten vom Baal werden gecelt, heute würde es gecelt werden, damals war es gecelt. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, in der Zeit des Alten Testament, wirklich auserfordert, auch politisch. Und er hatte einen riesen Sieg, und man müsste denken, jetzt ist er auf dem Höch, oder jetzt. Er war vorher schon mutig, Elia, ein Glaubensmann, ein starker Mann, innere Stärkung. Und dann, am nächsten Tag, kommt ein Bote zu ihm, und sagt, hey, die Königin Isebel, die du besiegen wolltest, die lässt dich ausrichten, Elia, wenn du nicht morgen zu dieser Zeit tot bist. Also ich schwöre darauf, du wirst morgen zu dieser Zeit tot sein. So wie die Propheten vom Baal. Und obwohl Elia schon so viel verfolgt worden ist, schon so viel Wunder mit Gott erlebt hat, er hat gebetet, es hat drei Jahre geregnet, er ist versorgt worden vom Rab in der Wüste, er hat einen toten Bub mit Glauben auferweckt. Der eine Satz, der spickt Elia von diesem Höch, tief runter in die Wüste, in ein Tief innen. Und, es ist vielleicht die eine Bemerkung von deinem Schiff, es ist vielleicht das eine Mal, wo du deinen Schlüssel nicht gefunden hast, oder wo irgendwie etwas wieder schief läuft in deinem Leben, oder wo eine Enttäuschung kommt, wo es fast zum Überlaufen bringt. So war es bei Elia. Und er fällt wirklich in eine Depression. Er sagt, ich bin besser als meine Väter. Gott, meine Seele will sterben. Meine Seele. Mein ganzes Leben. Es war ein Bieg für das ganze Leben im Alten Testament. Ich will tot sein. Das ist wirklich der Tiefpunkt. Es war wirklich depressiv. Es war nicht lustig. Für den Elia. Aber was hat ihn dort runtergebracht? Warum geht er so schnell von einem Höch zu einem Tief runter? Er, der so viel erlebt hat. Er, der einer der grössten Propheten genannt wird im Neuen Testament. Er erscheint neben Mose, mit Jesus zusammen auf dem Berg von der Verklärung. Und begegnet dort den Jüngern. Er hat so einen hohen Rang in der Bibel. Und gleich sehen wir in der Bibel, wie er tief gefallen ist. Er war tief. Er wollte nicht selbst einmal, aber er sah die Wüste aus. Er wollte sterben. Wir erfahren in dieser Predigt, wieso in dieser Geschichte. Aber wir erfahren auch, wie Gott als Meister, Hirte und Seelsorger der Elia Schritt für Schritt an der Hand nimmt. Auf dem nächsten Berg. Und wir wollen uns mal diese Schritte anschauen. Und was sie auch für uns bedeuten können. Wie Gott ihn nicht aufgibt und sagt, okay, tschüss, du hast gesagt, sondern an ihm schafft, dass er weitergehen kann. Und als erstes, was Gott als erstes an Elia schenkt, ist ganz simpel. Es ist Kraft für den Körper. Gott kommt nicht zum Elia und sagt, Elia, du hast aber schon zu wenig gebetet. Und warum hast du nicht mehr geglaubt? Dann wären alle gleich verschwunden von diesen Feinden. Und gehen doch wieder einmal die Bibel lesen. Oder vielleicht in eine stille Zeit oder an eine Christliche Konferenz. Nein, es heisst einfach, der Engel vom Herrn kommt, er wickt ihn und hat ihm etwas gekocht. Gott hat gekocht. Es heisst, es ist ein Flattenbrot in der Wüste, die auf heissem Steinbacher war. Gott hat gekocht. Und er hat für Elia gesorgt. Und das zeigt, wie ganzheitlich die Bibel ist und sich um unsere Seele kümmert. Unser Leben besteht eben nicht nur aus Psychologie, dass man nur einen Ratgeber allein braucht, nur ein paar Tipps. Aber auch nicht einfach aus Geistlichkeit allein. Dass wir sagen, ich brauche jetzt ein Gebet mehr oder eine Bibel lesen. Nein, wir bestehen aus seelischen Bedürfnissen, Beziehungen, Emotionen. Aber eben auch aus körperlichen Bedürfnissen. Und oft ist der Körper der Punkt, der am schnellsten reagiert, wenn etwas in uns nicht stimmt. Wenn etwas nicht mehr stimmt mit unseren Gefühlen, wenn wir etwas vielleicht unterdrückt haben, wenn wir überfordert sind. Es ist wie so ein Fiebermesser. Und er reagiert bei Elia mega krass. Er reagiert so, dass er in die Wüste rennt und vor Kummer schläft. Dass er nicht mehr wach bleiben kann. Und er schläft nach dem Essen noch einmal ein. Und Gott kommt noch einmal zu ihm. In Form von diesem Engel. Der Engel vom Herrn. Und er weckt ihn noch einmal und sagt, «Ess noch einmal. Ich habe noch einmal für dich gekocht. Zweites Mühle. Er gibt ihm Zeit.» Aber er sorgt nicht nur, man könnte auch sagen, er wäre auch nur einseitig. Ja, Hauptsache gehe jetzt mal in die Ferien, ins Wellness und dann sind die Probleme wieder gut. Das macht Gott auch nicht. Er stärkt ihn im Körper, aber dann schickt er ihn auf eine geistliche Reise. Er schickt ihn auf einen Weg durch die Wüste. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal 40 Tage einen Pilgerweg gemacht hast. eine extreme geistliche Übung, wenn man will. Natürlich auch, du tust gut. Zeit, um zu überlegen, was ist eigentlich passiert. Dass Gedanken führen kommen können. Dass ich vor Gott bewegen kann, was da eigentlich in mir ist. Dass ich Zeit habe, auf ihn zu hören. Körperlich, aber auch geistlich, spricht Gott Elia an. Und ich glaube, in unserer digitalen Zeit und in unserer Zeit, die so viel Aufmerksamkeit von uns fordert, brauchen wir immer wieder Wüstenzeiten. Du und ich brauchen Ruhezeiten. Jesus ist immer wieder in die Wüste. An dem Ort der Einsamkeit. Er war ein Eremit, wenn man so will. Er hat sich zurückgezogen. Wir müssen auch ein wenig Mini-Eremiten sein. Wir müssen nicht ins Kloster flüchten, für unser Leben lang. Aber wir brauchen Zeit, um uns rausnehmen. Und ich weiss, das ist schwierig. Vielleicht war es schon schwierig als Single. Vielleicht war es schwierig als Paar. Vielleicht war es noch schwieriger als Familie. Es ist immer schwierig. Aber ich glaube, es ist auch immer möglich. Ob es mal einen halben Tag ist, wo du dich rausnehmen kannst. Ob es deine Zeit ist, jeden Tag, den du dich reservierst. Wir brauchen Momente, wo wir uns bewusst werden können, was überhaupt in uns geht. Momente, wo wir in der Ruhe sind mit Gott. Elia hat so Höhepünkte erlebt, wo er wirklich gebetet hat. So gegen raus. Ich bete für die anderen. Ich bete, dass Feuer vom Himmel fällt. Ich bete, dass der Regen kommt. Und er hat gewaltiges erlebt, so Wunder durch das Gebet. Aber es gibt auch das Gebet, das sehr reingekehrt ist. Und das hat er auch gebraucht. Das Gebet, das Lust ist. Das Gebet, das einfach mal von Gott ist. Und wo wir uns Zeit geben, uns zu spüren und auf Gott zu hören. Und dadurch schickt Gott Elia. Und schlussendlich kommt Elia nachher an, am Berg der Begegnung. Das ist der nächste Punkt, wo Gott dann mit ihm Seelsorge macht. Der Berg der Begegnung. Und was mega spannend ist, Gott hat eigentlich bis dahin praktisch gar nichts gesagt. Er hat ihn nicht korrigiert. Er hat ihn eingeladen zum Essen. Aber er hat ihn einfach begleitet. Über einen Monat. Und jetzt hier an dem Berg der Begegnung kommt Gott als Meister Seelsorger. Und er fängt an mit einer Frage. Er stellt Elia eine Frage. Da in dieser Begegnung. Er sagt Elia, wie geht es dir? Wie geht es dir eigentlich? Und es ist nicht so, als wüsste es Gott nicht. Also wenn du denkst, wie bist du eigentlich in diese Höhle gekommen? Wo bist du denn durchgelaufen? Oder was ist denn eigentlich passiert auf dem Berg dort? Ich habe es gar nicht miterlebt. Nein, er hat alle Infos. Wenn Gott etwas fragt, dann fragt er nicht, weil er die Infos braucht, wieso es geht. Sondern, weil wir die Infos vielleicht brauchen, wieso es geht. Wie hast du das schon erlebt? Wenn Gott dir eine Frage stellt und sagt, oh wow, ja genau, das bringt mich zum Nachdenken. Und das bringt Elia jetzt zum Gespräch. Und wir lesen in den ersten Königen 19, da bricht es jetzt aus ihm aus, was in ihm steckt. Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Iserliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Vielleicht kannst du den Moment drinnen lassen. Weil da steckt einiges drin, wo Gott jetzt Elia begegnet und eigentlich auch seine falschen Vorstellungen von Gott korrigiert. Das erste, wie Gott ihm begegnet ist, was da vorne kommt, Elia sagt, mit welchem Eifer habe ich das Volk Israel zu dir zurückbringen? Mit anderen Worten, ich habe meinen Teil vom Plan schon erfüllt. Ich habe meinen Teil gemacht. Aber wo warst du Gott? Du warst nicht herum. Du hast mich im Stich gelassen. Aber der Punkt ist, Elia hatte eine fixe Erwartung, wie Gott wirken muss. Wir haben nie gelesen in der Bibel, dass Gott gesagt hat, schau Elia, wenn du auf dem Karmel den Sieg erringst, dann wirst du immer nur Frieden, Freude, Eierkuchen haben. Kein Gegenwind mehr, alle Gegner sind ausgelöst. Wir lesen kein Versprechen von Gott an Elia. Ich denke, das ist an Elia seine Erwartung gewesen, dass Gott so wirkt, dass er da in der Krise vielleicht wieder einen Sturm schickt und die Säbel auch noch wegfängt. Aber nur weil Gott einmal krass und übernatürlich gewirkt hat, muss er nicht immer so wirken. Es ist eigentlich nicht Gott, der Elia enttäuscht hat, sondern es sind die Erwartungen, die Elia hatte an Gott, die enttäuscht wurden, die Elia enttäuscht haben. Und so korrigiert, das bringt ihn sicher zum Nachdenken da. Und das andere, was Elia sagt, nur ich bin übrig geblieben, ich alleine. Ich alleine. Niemand versteht mich. Nur ich. Und Elia ist genau in diese Höhle. Er ist wirklich auch in einer Höhle. Er ist auch wirklich in einer Höhle. Er hat sich zurückgezogen. Und es stimmt aber nicht, weil am Schluss des Textes lesen wir das. 7'000 waren noch herum, auch andere Propheten, die auch mit Elia haben Gott dienen. Die waren auch mit ihm unterwegs, die auch Gott brauchen. Und manchmal machen wir das Kille und das Reich Gottes noch kleiner, als es überhaupt muss sein. Es gibt noch andere Christen. Es gibt noch andere Kirchen. Gott hat immer noch einen anderen Weg, wenn er wirkt. Auch wenn es nicht genau so ist, wie ich es erwarte. Auch wenn es nicht so spektakulär ist, wie ich es in der Vergangenheit erlebt habe. Vielleicht wirkt er das mal anders. Und das sehen wir gerade in dem, was jetzt passiert. Gott sagt jetzt nach dem Monolog von Elia, nach der Frage, wo Elia sein Herz ausschüttet, sagt Elia, Vers 11, komm aus deiner Höhle raus. Komm raus. Tritt vor mich her. Denn ich will an dir vorüber gehen. Nicht eine lange Liste und ein paar Tipps. Sondern eine Begegnung mit Gott, wo Gott Elia will herführen. Und wie begegnet Gott Elia? Es heisst, zuerst kommt, ein Sturm geht von Gott her. Aber Gott ist nicht im Sturm. Elia hat auch schon einmal gebeten. Dass ein Sturm kommt, das hat er gekannt. Etwas Gewaltiges, etwas Mächtiges. Aber diesmal ist es nicht so. Und er betet. Und dann heisst es, es kommt ein Feuer von Gott her. Aber Gott war auch nicht im Feuer. Das hat Elia auch schon erlebt. Action, Wunder, Erweckung. Feuer. Aber diesmal ist Gott nicht im Feuer. Und dann heisst es, es ist ein Erdbeben, das von Gott her geht. Aber Gott ist auch nicht im Erdbeben. Das sind alles Formen, die Gott schon in der Bibel erschienen ist. An diesem Berg, an diesem Berg, wo eigentlich der Horeb ist, der steht auch, viele sagen, das ist auch der gleiche Berg wie der Sinai, dort wo Gott das Gesetz am Volk gegeben hat. An diesem Berg ist Gott, wo das Gesetz durch den Ritten kam, in einem Erdbeben zu ihnen. An Mose ist er in einem brennenden Busch im Feuer erschienen. Bei Hiob in einem Sturm und auch in der Apostelgeschichte sehen wir, wie Gott in einem Sturm auf die Welt kam. Aber diesmal ist es anders. Nicht wie der Elia vielleicht denkt, wie es sein muss. Und Gott kommt zu ihm in einer Säusle. In einer leislichen Stimme. King James Übersetzung übersetzt. Er kommt in einer immer noch leislichen Stimme. Oder in einer Stimme von einem leislichen Wind. Sodass ich ganz nahe hinzugehen. Es ist nicht weit weg. Ich muss nahe hinzukommen. Ich muss mich auch ein Stück weit verletzlich machen, dass ich es höre. Dass ich bereit bin, Gott zu begegnen. Und ich finde es so einen schönen Punkt. Wie Gott am Elia seine Erwartungen irgendwo sprengt. Gott wirkt irgendwo immer anders. Einmal kommt er als Engel vom Herrn. Einmal so. Und jetzt da ganz leislich. Und es ist hier an dem Berg, wo er zu ihm spricht. Ganz leislich. Und was ist an dem Berg runterkommen? Das Gesetzwort Gottes wurde dort schon einmal zu den Leuten gesprochen. Und ich glaube, die leislige Stimme steht auch dafür, dass wir immer wieder Gottes Wort hören. Dass wir uns an seinen Plänen ausrichten. Und unsere Seele von ihm ausrichten lassen. Und dass wir auch die Begegnung suchen. Gott begegnet Amelie ja nicht nur mit ein paar guten Tipps, sondern primär mit einer Begegnung mit ihm. Die Frage ist, was heisst das für uns? Muss ich jetzt auch hier runterkumpen? Muss ich jetzt auch irgendwie in eine Krise stürzen? Und dann führt mich Gott irgendwie durch den Berg, durch das Tal wieder in die Begegnung? Oder was kann ich tun, um das auch zu erleben? Und das Schöne ist, dass Elia in eine Felsspalte gehen musste. Dass Gott ihm vorbeiziehen konnte. Gott ist so heilig. Er konnte ihn nicht direkt sehen. Wie Mose in einem Fels. Aber wir Christen glauben, und das sagt die Bibel, dass wir Zugang haben direkt zu dem Berg der Begegnung. Weil unser Fels ist Jesus Christus. Er wurde wirklich allein gelassen. Bei ihm war wirklich das Erdbebe. Die Gräber sind aufgesprungen, als er gestorben ist. Er wurde wirklich verlassen. Und in ihm haben wir jederzeit Zugang zu Gott. Egal was es gewesen ist. Egal was du dir gemacht hast. Egal wie es dir geht. Du hast Zugang zu Gott. Und ich glaube, wir müssen auch nicht warten, bis wir so eine krasse Lebensgeschichte haben. Oder uns etwas durch den Prozess durchnimmt. Ja, manchmal wirkt Gott wirklich durch unsere Lebensgeschichte. Durch eine Situation, in der er etwas vorbringt. Und gleichzeitig können wir auch auf diesen Hügel gehen. Wir können uns so einen Hügel kreieren. Du hast Zugang zu diesem Hügel in deinem Alltag. Jeden Tag ist dieser Hügel zugänglich für dich. Und es ist dort, wo du sagst, ich gehe durch die Wüste durch, durch die Einsamkeit, in die Stille mit Gott und ich gehe und will Gott begegnen. Und konkret wollen wir das machen in dieser Kampagne. 5 Wochen, 5 Tage, 5 Minuten. Das ist mega wenig. Weisst du, wie viel du bist an deinem Handy? Schau mal deine Bildschirmzeit an. Unglaublich wenig. Aber starte lieber mit wenig und versuche es zu machen. Es ist freiwillig, du musst nicht. Es ist einfach eine Einladung, mit uns auf den Weg zu kommen. Und wir haben ja dazu Ideen. Es hat hinten einen Büchertisch. Ideen, wie du kannst die Zeit gestalten. Ideen, was du machen kannst. Vielleicht willst du ganz ruhig sein und einfach mal nichts machen. Einfach hören. Vielleicht willst du laufen gehen. Vielleicht willst du etwas in den Bildern lesen. Vielleicht willst du eine Andachthilfe nehmen, die es hinten hat. Aber ich lasse dich jetzt einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo du überlegen kannst, wie möchte ich die 5 Minuten füllen. Wird ich das? Oder vielleicht sogar zweimal am Tag 5 Minuten? Oder mal etwas Spezielles machen in diesen 5 Wochen, diesem Monat Februar? Wie könnte ich Gott in meinem Alltag ganz konkret begegnen? Komm, wir machen unsere Augen für den Moment zu. Und fragt einfach Gott, wie kann ich so einen Hügel kreieren in meinem Alltag? ... ... ... Und dann direkte ich. Vielen Dank. Und das Letzte, was Gott Elia noch macht in der Seelsorge, nach dieser Begegnung mit ihm, wo er ihm nahe kommt, wo Elia sich auch verletzlich macht, nahe zu Gott, in dieser stillen, feinen Begegnung ist, dass er ihm einen Plan gibt für Praxis. Er gibt ihm einen nächsten Schritt, wenn er wieder weitergeht, was jetzt dran ist. Und zwar, was ganz konkret bei Elia war, und ich glaube, das ist etwas, was auch oft für uns gut ist, er gibt ihm Verstärkung. Er sagt, Elia, und jetzt geh, salb den und den König, der und die Person zum neuen König, die werden für dich sein, für mich, und salb Elisa zu meinem Nachfolger. Und er gibt ihm eine Idee, was jetzt der nächste Schritt ist. Er sagt, du musst nicht allein bleiben, es gibt andere, die mit dir sind, die mit dir durch den Weg gehen können. Und genau so, es kann so ein Plan sein, ein Plan, was brauche ich? Ein Plan, ich brauche Ruhe, ein Plan, ich brauche irgendwo, oder Erholung, ich brauche eine Einsamkeit, ich möchte Gott begegnen, ich möchte irgendwo ihn suchen. Und vielleicht ist es etwas ganz anderes, ein Gespräch, das du mit jemandem führen musst, das dir in dieser Zeit mit Gott wieder bewusst wird. Und dass wir jetzt nicht noch darüber sprechen, wie es uns geht und unserer Seele, haben wir gedacht, in dieser Serie, wollen wir auch punktuell Leute führen bitten, es muss nicht immer ganz genau matchen zu dieser Message, die einfach auch aus der Herausforderung von ihrem Leben erzählt. Und wir haben auch ein Glaubensheld bei uns, der wie der Elia eigentlich unglaublich ein Glaubensheld ist, aber auch eine Herausforderung gehabt hat, auch durch das Tal gegangen ist in seiner Seele. Und tun wir doch mit einem Applaus bei uns den Divo begrüssen, der uns aus seinem Leben noch etwas erzählen wird. Divo, schön bist du da. Du bist ja schon auch seit Anfang an hier im Connect bei uns in der Kirche dabei. Und ich habe gedacht, deine Geschichte fände ich mal spannend zu hören, weil eben so oft reden wir über die anderen und selbst und das, aber wo geben wir Preise, wo ich eigentlich dran bin, wo ich in einer Herausforderung bin. Und ich glaube, die meisten von uns sind immer wieder mal zwischen so einem Höhepunktberg und dann wieder dem nächsten Berg, wo es wieder hoch geht und können das nachvollziehen. Und ja, ich weiss, du bist vor ein paar Jahren durch eine Herausforderung und du bist in der Zeit gegangen, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie ist es zu diesem gekommen? Ja, wie ist das passiert? Was ist genau passiert und wie ist es zu diesem gekommen? Was ist da abgelaufen? Was ist deine Krise gewesen? Genau, ja, ich bin auch von Berg zu Berg und Wolke zu Wolke durch das Leben gegangen. Ich bin wirklich gesegnet gewesen. Die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich nie wirklich eine Krise gehabt. Ich bin wirklich einfach dankbar und gesegnet gewesen. Young, fresh und always cash. Ja, something like that. Und dann im Sommer 2016 habe ich eine akute Psychose erlebt, kurz nachdem ich zurück von Kanada gekommen bin, in den Ferien. Ich bin etwa drei Wochen da ich sie mit Julie und sie sind mir zurückgekehrt und bin ich zurück in die Arbeit gegangen und habe gemerkt, ja, etwas stimmt nicht ganz, aber ich habe nicht gewusst, genau was. Und ich habe auch für die Leute da, die nicht genau wissen, was ein akut Psychose ist, wie es mir passiert ist oder was in mir gegangen ist, ich habe starke Wahrnehmungsstörungen erlebt und wirklich Hallucinationen erlebt. Ich bin von der Polizei verfolgt geworden. Ich habe tote Leute auf der Straße gesehen. Ich habe gemeint, mein Leben ist wirklich in Ernstgefahr. Und das muss eigentlich aus der Schweiz fliehen. Und ja, ich habe wirklich ganz krasse Hallucinationen erlebt. Und das innerhalb ein paar Tage, auch in der Nächte konnte ich gar nicht schlafen. Ich bin einfach in kaltem Schweiß dort gelegen. Und Julie ist auch ganz nervös geworden. Ich habe gemeint, hey, was ist denn los? Und ich bin etwa zwei, drei Tage lang in so einem Zustand in die Arbeit gegangen. Und dann habe ich so viel Angst in der Arbeit gehabt, dass ich einfach abgehauen bin. Und mein Chef hat mich angerufen. Ich habe nicht mehr abgenommen, weil ich habe gemeint, er verfolgt mich auch wahrscheinlich. Und ja, dann ist es so gelaufen und ich bin endlich zum Hausarzt gegangen. Er hat mich in die Augen geschaut und hat gemerkt, ja, er muss in die Klinik. Und ich bin innerhalb einer Woche dann in eine psychische Klinik gelandet. Und wieder, erst dann sechs Wochen später, wieder ausgetreten. So, ich bin dann sechs Wochen lang in der Klinik gewesen und habe einiges dort dann erlebt auch. Aber ich bin langsam zurück zur Gesundheit gekommen. Ja, sehr schön. Ich kann schon noch zwei, drei Tage sagen. Weisst du, was hast du das Gefühl, wie ist es zu dem gekommen? Ist es einfach ganz plötzlich? Oder hast du schon etwas gespürt vorher? Eben so etwas schlummern, wo du nachher merkst, aha, da habe ich gewisse Anzeichen gehabt, so in mir. Oder ist das, ja, wie muss man sich das vorstellen? Ja, für mich ist es wirklich plötzlich gekommen und ich habe es gar nicht erwartet. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Und vielleicht ein Signal ist, auf dem Highway, wenn wir abgeflogen sind von Toronto, habe ich einen Panikattacken gehabt und habe gemeint, hey, wir werden hijacked werden und ins Sien Tower geflogen werden. Und dann habe ich einfach eine ganz komische, starke, negative Emotionen gefühlt gehabt. Und ich habe es einfach blockiert und dann nach zehn Minuten oder so ist es dann wieder gegangen. Aber das war das erste Signal, dass etwas nicht ganz stimmt. Und, aber sonst kam es wirklich unerwartet und ich habe gemeint, ich bin ein ziemlich ausgeglichener Mensch, meistens fröhlich und motiviert und so. Wie beurteilst du es jetzt im Nachhinein? Du hast mir mal nach kurz gesagt, in einem Gespräch, dass es manchmal die Sprachbarriere, oder? So ein bisschen da in der Schweiz, die Familie, wo man gleich irgendwo auch vermisst, vielleicht den Stress bei der Arbeit, weisst du, dass es solche Sachen sind. Ist das jetzt mehr Sachen, die du im Nachhinein erkennst oder wie würdest du das einordnen? Ja, genau. Es kann durch ganz krasse Erlebnisse im Leben zu einem Psychose kommen oder auch mit unheimlich viel Stress oder, und ich meine, ich bin, ja, mit meinem Job damals bin ich wirklich durch die Schweiz gerasen und wirklich immer im Zeitdruck gewesen mit meinem Job als Veranstaltungstechniker und ich hatte ziemlich viel Stress gehabt und bin auch immer wieder geschwitzt geworden, auch auf dem Weg in die Arbeit bin ich schon am Schwitzen gewesen. Okay, Stress gehabt. Und es ist ziemlich viel Stress, das habe ich erlebt, und ja, mit der Sprachbarriere, Deutsch als zweite Sprache, bin ich immer kognitiv herausgefordert, die ersten einige Jahre da in der schönen Schweiz. Obwohl du so schnell, ich kenne wenige, aber so schnell, wie du Deutsch gelernt hast, ich habe das Gefühl, du warst erst gerade da und hast schon im Fussball auf Deutsch Anweisungen gegeben, was man muss machen. Würdest du sagen, der Titel oder Untertitel dieser Serie ist ja stark, du meinst, welche? Kannst du das auch übertragen auf deine Geschichte? Hat dich das irgendwie gestärkt? Oder würdest du sagen, nein, gar nicht? Oder wie würdest du das einordnen? Ja, es hat mir wirklich jahrelang Zeit gebraucht, bevor ich konnte sagen, ja, es hat doch mich verstärkt. Weil eine Zeit lang nach dem Psychose, Psychose, bin ich dann etwa ein halbes Jahr lang 50% krank geschrieben, aber dann habe ich immer wieder versucht, in die Arbeit zu gehen und ich konnte gar nichts mehr wie vorher leisten und das hat mich wirklich beschäftigt und ich bin dann in eine Depression gefallen, monatelang, habe verschiedene Antidepressive versucht und bevor ich eines gefunden habe, das wirklich geholfen hat. und ich bin monatelang wirklich nur in die Arbeit gegangen, nach Hause gekommen und auf dem Sofa gelegen und die interessante, wie sie waren, in meiner Wohnung stundenlang angeschaut. Ich bin so leer gewesen und das monatelang und ich habe gemeint, hey, was, Gott, was ist da los? Ich weiß, du bist immer noch bei mir und ja, ich habe keine Glaubenskrise gehabt, weil ich habe gewusst, Gott hat das erlaubt und er hat gute Pläne für mich, das habe ich immer geglaubt und aber ja, es hat wirklich eine lange Zeit gebraucht, bevor ich konnte wirklich sagen, ja, Gott hat mich zu einem besseren Weg geführt durch dieses Erlebnis und er hat mir mit drei hübschen Kindern geschenkt und eine gute Frau, wirklich gute Familie da und Freunde Kreise, gute Church hier und ja, es hat mir zu geführt, dass ich wirklich grosse Lebensentscheidungen treffen muss und musste und wirklich mich neu organisieren und nicht nur reagieren und leben und immer ja, ja, ja. Genau, ein bisschen wie dich abgrenzt hast du mal gesagt oder deine Grenzen setzen, also ein bisschen so Themen oder deine Emotionen wahrnehmen. Genau, ja. Persönliche Grenzen setzen und Schutz feststellen, weil ich bin immer, ich bin der Typ, der immer gerne dabei ist und als Jugendlicher kannst du dich gar nicht vorstellen, das Handy, ich habe gar kein Handy haben, aber Leute würden fragen, hey, willst du dies und das machen? Ich bin immer dabei. Immer dabei, immer dabei. Spannend ist auch ein Prozess, selber aus dem Leistungsdruck oder in die Ahnung hineinzukommen. Ja, nein ist auch ein gutes Wort, in der deutschen Sprache zu lernen, ja. Genau. Vielleicht noch zum Schluss, was hat dir geholfen? Ganz praktisch, aber vielleicht auch vom Glauben her, was würdest du sagen, was hat dir geholfen, was nimmst du mit aus dieser Zeit? Ja, ich bin mit Hilfe von Medikamenten wieder zur Gesundheit gekommen und auch viel Gebet von euch als Kieler, Freunde, Familie haben wirklich stark für mich und fokussiert für mich gebetet, dass sie zurück in die Realität kommen würden und ja, ich habe immer gewusst, Gott ist da und auch durch schwierige Zeiten, er hat mich nicht verlassen. Ich habe gute Begegnungen mit Leuten im Klinik gehabt und während sechs Wochen habe ich gute Leute dort kennengelernt und wir haben, ja, einer hat mich auch in meine Glauben versteckt, er ist zurück in die Bibel gegangen, er hat auch Burnout erlebt, als ich da war und er ist auch da gegangen und wir haben wirklich gute Austausche über den Glauben, über die Bibel gehabt, er ist als Jugendlicher ein bisschen dabei in der katholischen Kieler gewesen, aber er hat angefangen, die Bibel stundenlang im Klinik zu lesen, das hat mich auch ermutigt und er ist, glaube ich, immer noch, er ist jetzt in der FAG-Gemeinde da in Bulac und wirklich motiviert dabei und ja, ich habe immer gewusst, Gott ist bei mir, er ist für mich, ich weiss nicht, wieso das passiert ist, genau in diesem Moment in meinem Leben, aber das kann ich jetzt jahrelang, was acht Jahre später dann zurückschauen und sehen, wie Gott mich immer wieder am Vorderen war. Es ist mega strahlend, danke Divo, danke vielmals für die Ehrlichkeit, diese Verletzlichkeit, genau im Nachhinein kann man sagen, aber im Moment so sechs Minuten oder was auch immer, ist eine lange Zeit herausfordernd. Danke vielmals fürs Teilen und fürs Dranbleiben und auch ganz praktische Medikamente, Kraft für den Körper hat dir geholfen, Gebet, Glauben, wissen, dass Gott dabei ist. Danke vielmals fürs Teilen und wer mehr wissen darf sicher noch auf ihn zukommen. Geben wir noch an Divo einen Applaus für das Erzählen. Genau, die Band hat gerade vorgekommen, wir wollen noch in ein Schlussliege gehen und ins Gebet. Und eigentlich geht es nicht primär um den Divo oder um den Elia. Es geht um Gott, Gott, der an dir und an mir wirkt. Und ich weiss nicht, was du brauchst, ob es Kraft für den Körper ist, ob du so eine Wüstezeit brauchst, Begegnung mit Gott. Oder einfach einmal mit jemandem deine Herausforderungen zu teilen. Und ich hoffe und bete, dass es rein wird, dass wir wirklich einen Plan machen können, wo wir diese Bergzeiten suchen miteinander, wo wir ehrlich sein und Herausforderungen miteinander teilen dürfen. Komm, wir stehen doch auf zusammen zum Gebet. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Danke, dass wir hier vor dir sein dürfen. Und ich denke, jeder von uns ist irgendwo entweder auf einem Berg oder zwischen zwei Bergen. Du weisst gerade, wo wir stehen, Herr. Und wo du bei uns ansetzen würdest, mit deiner feinen und guten Art. Ob wir ein spektakuläres Wunder brauchen. Und vielleicht brauchen wir es, aber wir denken wir brauchen es. Aber wir erleben es gerade nicht und sind frustriert wie Elia, dass es nicht mehr passiert. Aber du wirkst ganz anders im Moment an uns. Du bist dran mit uns, wenn man es vielleicht nicht sieht. Und hilf uns in dieser fünf Wochen, in dieser Zeit wirklich unsere Seele dir anstrecken. Dass wir ansehen dürfen, wie es uns geht. Dass wir Sachen korrigieren lassen dürfen, wo wir vielleicht ein kleines Bild von dir haben. Wo wir uns selbst zu wenig kennen und unterschätzen. Dass wir immer wieder Bergbegegnungen mit dir haben dürfen. Und ich bete das wirklich für unsere Church. Dass du wirklich Priorität bist. Nicht nur auf unseren Lippen, sondern in unserem Leben. Dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass wir es tun. Dass wir nicht einfach alles andere zuerst stellen. Und alles andere auf den Berg hoch schleppen. Und alles was ich noch sonst will. Sondern dass du unsere Priorität bist. Und ich glaube von dir her fliesst so viel Leben wieder. Oben runter in unseren Alltag hinein. Und ich setze das wirklich frei. Dass wir eine Kirche sein, die bettet. Eine Kirche sein, die zu dir kommt. Eine Kirche, die reif wird in ihrem Charakter und ihrem Glauben. Und danke dürfen wir auch einander tragen. Durch die Krise her. Ich habe meine Probleme. Jeder hat seine Herausforderungen. Und du bist mit uns. Wir müssen es nicht verstecken. Herr Elia, der grösste Prophet. Einer der grössten Propheten der Bibel. Steht seine grossen Krise bis fast zum Selbstmord in der Bibel. Und danke hat bei dir alles Platz. Dürfen wir so vor dich kommen, wie wir sind. Und werden von dir verändert. Amen.